Und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie seht, ich habe seit einer Woche keine Folge mehr hochgeladen. Ja, und jetzt sind wir hier wieder im Haushalt, ne? Ist hier mal was ganz Neues, was ganz Neues. Oh, jetzt bin ich runtergefahren, glaube ich. Na ja, dann gehe ich erst mal da hin, was? Was wollte ich denn überhaupt machen? Ah ja, hier, genau. Ich wollte hier so eine Dreiertreppe bauen, genau. Aber da wollte ich ja so eine andere. So eine kleine, wie waren das, wie waren das? Habe ich die überhaupt, oder habe ich die nicht? Also da habe ich sie nicht drinnen. Ne, dann müssen wir uns welche machen. Okay. Äh, wie gehen die nochmal? Ich glaube, drei nebeneinander, wa? Okay, gut. Dann nehmen wir mal so hier. Okay, gut. Sind eigentlich viel zu viele, aber für das, was ich jetzt gebrauche, ja. da brauchen werde. Mhm. So, dann da hin. Und so. Du bist es doch genial. Ne, so sieht Scheiße aus, finde ich irgendwie. Nee, dann müssen wir, glaube ich. Wäre schon geiler. Dann müssen wir runter, wa? Yeah. Dann muss ich mal von hier so. So, genau so. Unterbauen. Genau so müssen wir nämlich hin. Weil dann sieht, hier kommen ja noch Treppen hin. zwei Stück. Die werde ich auch bald machen. Boah, immer dieses scheiß Teil, älter. Nö, 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 nö. Das nervt mich. Boah. Okay, Deployment kann ich auch bald wieder. map herbe. Jetzt iso wir noch wieder. Alles klar. Ja wusste ich, naja egal, dann ist es halt so, dass wir gestorben sind, ach man alter, ja wo ist die denn, alter, so n fuck alter, so n fuck hier, so n fuck hier, erst mal das Einweilen, wieder reingehen, ja da liegt man fach, ok gut, alter Schwede, boah, alter Schwede, ich geh hier wieder raus, alter hier, boah, boah, das kritisch, du nö, schon wieder, ok gut, das war doch mal genial, oh alter, ok gut, man, entdeck mich, das spiel ich halt, dann ist das halt immer, na und, scheiß drauf, obwohl so das klicken, das finde ich auch scheiße die händler vielleicht geht sie an vorderen ok gut ja und sie meine maus spenden das hier dann muss ich mal mir irgendwann eine neue holen eine neue aber sonst geht die ma sonst geht die außer beim spielen es leckt mich alter wieso ist das so wieso liegt es am einkaufst oder was zum beispiel jetzt geht wieder alles ok gut naja geht doch dann würde ich mal sagen oh was ist das denn alter 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 und scheiße ich kaufe mir jetzt eine neue maus die bestelle ich gleich nach dem let's play so nach der folge die mache ich noch zu Ende und dann leider dann leck mich weil ich hasse es seitdem seitdem ich die am dienstag wieder habe weil ich die ja beim kumpel vergessen habe und ja jetzt habe ich sie wieder und jetzt seitdem geht es nicht mehr alter ja jetzt hört sich das ein bisschen scheiße an die klicken aber kann man nicht in einem wieso richtig so ein so ein die so ein die so wollen so ich probiere es noch einmal einmal für euch die dreht sich ja noch nicht mehr oh jetzt alter hört ihr es hört ihr es einfach alter na gut jetzt geht irgendwie es wird auch wieder Tag ich will nicht wissen wo die jetzt ist okay gut vielleicht kann sie nämlich nicht mehr rein okay gut so dann kann ich hier unten in Ruhe erstmal bauen und ist dann besser oh was ist das denn alter manchmal hackt die Maus echt alter jetzt ehrlich ey aber komm 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 bau schneller baum 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 ich glaube die maus macht mich nicht mehr echt zum beispiel es geht es fängt an zu regnen und ja und wir haben immer noch kein bett aber ist mir ist auch tierisch egal Oh, komm, jetzt brauche ich's. Boah, Junge. Boah, Alter. Boah, jetzt kommt doch noch die scheiß Musik dazu, ey. Ich glaube, heute weiter aufnehmen... Nee, niemals. Boah, Alter. Fuck you. Alter. Was ist heute mit Minecraft los? Ich, Alter. Ich reg mich selbst gerade richtig auf. Boah, nee. Nee, Alter. Nein! Beim nächsten Mal seht ihr, ich hab eine neue Maus, denn... so kann ich doch nicht hier im Minecraft LPs machen, wenn die Maus hat. Ja, genau, abbauen, abbauen, abbauen. Los, los. Boah. Eigentlich wollte ich ja heute schon die erste Etage fertig haben, aber durch die Maus... Nee. Schau ich leider es nicht. nicht. Und ja... ich... beim nächsten Mal werde ich mir... ja, mal sehen, was ich da mache. Ich plane mir das noch nicht zuvor, weil... ich will eigentlich... eigentlich will ich ja... so... irgendwas mal hier... so ein... zweistöckiges... zweistöckiges Haus bauen... und ja... dennoch schön... beikommen. Ja. Das müssen wir erstmal in Anruf nehmen und dann können wir weiter entscheiden. Junge, Bauer, 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 Bauer. Pfff. Wie lange es dauert immer. Hä? Hä? Wie? Hatten wir nicht mal zwei Küsten oder was? Ah doch, da. Gut. Jodiot, jodiot, jodiot. Ich wollte schon sagen, nämlich wo ist die zweite Küste. Okay. Hm. Wie baue ich meine Räume? So. Das muss ich mir auch noch überlegen, aber... das... also ich überleg's mir und das... versuch ich alles, die erste Etage, beim ersten Mal zu... also bei der nächsten Folge zu erledigen. Erledigen, ja. Und dann... gehe ich erstmal auf Schafsuche, dass ich wirklich... im Haus immer spawne. Zum Beispiel ein Bett und so und dann... ja. Ist einfach alles besser. Weil Eisen haben wir erstmal ein bisschen. und ich werde auch... irgendwie mir... ja, die Farm draußen ist ja okay. Aber ich werde auch so machen, dass da... glaub kein Monster so... ja, wie sag ich, kein Monster... reinkommen kann. ähm... und ja... oh, alter... ich... ja... was soll ich noch erzählen? Dann schauen wir wieder zur... der genialen Tür. Ich würde sagen, das war's erstmal mit der... mit dieser Folge... mit der... Let's Play Minecraft Part 10... also... Folge 10... von dem Team Monster 13... und ich verabschiede mich... bis zum nächsten Mal... weil... ja... mit der Maus kann man nicht spielen... leider... denn wir sehen uns... und hören uns bald wieder. Tschüss! Tschüss!